Oliver Freund ist ein deutscher Fußballspieler, der bis zum Jahr 2004 Berufsfußballer war. Der gelernte Kfz-Mechaniker, verheiratet, ein Kind, spielte bei verschiedenen Vereinen im Mittelfeld oder als Innenverteidiger in der Abwehr. Sein größter Erfolg war der Gewinn des DFB-Pokal 1992 mit Hannover 96. Seit 2006 arbeitete er als Vertreter für einen Restposten-Großhändler. Spielstatistik 95 Spiele und 3 Tore in der Bundesliga 31 Spiele und 5 Tore in der 2. Bundesliga 155 Spiele und 8 Tore bei Rapid Wien Besonderes Am 29. März 2010 sah man ihn in der Satz-Sendung Pures Leben mitten in Deutschland an der Seite eines Sonderpostenvertreters. Oliver Freund ist seit 2010 als Spielerberater tätig. Am 29. lip-richtig. Maximum Kontettre